Wie teuer ist es, alle Brawler zu kaufen? Wir sind auf einem völlig neuen Account und haben nur Shelly. Um einen seltenen Brawler freizuschalten, müssen wir 29 Gems zahlen. Bei 8 seltenen Brawlern macht das 270 Gems. Für einen super seltenen Brawler zahlen wir 79 Gems. Inzwischen gibt es 10 Brawler, also zahlen wir dementsprechend 790 Gems. Ein epischer Brawler kostet 169 Gems und es gibt 13 Stück. Das macht 2200 Gems für alle epischen Brawler. Ein mythischer Brawler kostet 349 Gems und es gibt 9 Stück. Das ergibt etwa 3100 Gems für alle mythischen. Es gibt 16 chromatische Brawler für jeweils 169 Gems. Das sind 2700 Juwelen für alle chromatischen. Und die legendären Brawler kosten 700 Gems und wenn sie reduziert sind, 350 Gems. Und das ergibt tatsächlich nochmal 3850 Juwelen für alle legendären. Und damit kosten alle Brawler ziemlich genau 10.000 Gems oder auch 600 Euro.